Und dann antworte ich noch was. Und genau. Und den Ursprungs-Professor-Handt-Tweet brauchen wir auch noch. Aber den kann ich gleich in Ruhe raussuchen. So. Brauchen wir Musik? Also du hörst sie eh nicht. Also eigentlich muss ich mich fragen, ob ich... Lass uns mal. Dann habe ich wieder dieses komische... Ich habe immer die Paranoia, dass das gegen irgendwelche Copyrights und haste nicht gehört. Mein Audio-Delimiter hast du jetzt rausgenommen, ne? Ich habe den rausgenommen, genau. Du bist jetzt Ticken abgeschnitten oben, ne? Weil andere Kameras... Zu aufrechter sitzen. Bequeme Position bringen, ja. Genau, so. Ja, Träumchen. Ah ja, geht das in der Leere? Das ist natürlich komplett falsch da oben. Wir reden nie über Videos. Das ändere ich noch. So, Bitrate ist okay. Wir haben... Boah, wir haben tatsächlich schon das Coding bekommen. Uiuiuiui. Das heißt, ich habe eh nur 720p eingestellt, weil wir sind ja... Wir adressieren ein Publikum, das an mobilen Endgeräten im Freitagnachmittag-Feierabend-Modus zu Hause auf der Terrasse sitzt und das natürlich übers WLAN in reduzierter Auflösung sich anschaut. Ja, also es hat ja auch tatsächlich auch was mit Daten angekommen, Datensparsamkeit, also man könnte das auch so weit optimieren, das wollte ich eh mal machen, dass man das so weit optimiert, dass man wirklich mit, jetzt gerade haben wir so eine, um mal hier so rumzunerden, eine Bitrate von 2471 und man könnte, das habe ich auch schon bei den Amerikanern, die sind ja irgendwie mal ein paar Jahre oder auch Monate voraus, dass die das echt bis auf 1700 runtergekloppt haben, um natürlich zu sagen, keine Ahnung, hier im Mittleren Westen ist halt auch, also die haben quasi das Brandenburg-Problem, das wir auch haben, oder das, ja, in Magdeburg geht es natürlich, aber so, was wir JWD nennen, könnte ich mir schon vorstellen, dass das bei euch, bei uns ist es immer die Altmark, die Altmark, okay, bei uns ist es ganz weit draußen, so, meine verlierten Damen und Herren, schön, dass ihr und sie da sind, oder ihr da seid, wir duzen, wir wollen ein bisschen was mit Video-Setups machen, fragen jeder, das wird gerne in den Chat, ich sage das einfach mal so, vielleicht sind ja Leute dabei, die das erste Mal jetzt einschalten, hier ist alles ganz seriös, aber schon so halbem Wochenende, also hier ist noch Kaffee drin, wir wollen über Video-Setups und hybride Settings sprechen, das heißt im Wesentlichen, dass wir uns heute mal ein bisschen unterhalten wollen, was man in der ganz kleinen Variante machen kann, und wir haben ein bisschen was an Zeitkapseln mitgebracht, weil Matthias ja fleißig immer postet und das wäre so, wie sich dann Dinge entwickelt haben, wir haben auch wieder ein paar Beispiele dabei von Leuten, die wir einfach in der Twitter-Campus-Bubble kennen und die werdet ihr wahrscheinlich auch kennen, also so ein Alexander Lasch, David Lohner, Dietmar Till, einfach um ein A3 random zu nennen, aber es gibt auch durchaus Leute, die ja jetzt die letzten Tage gesagt haben, Professor Handke, einfach machen, wo ich meinte, yeah, und vielleicht gucken wir uns auch das heute auch nochmal an, also sozusagen eine kleine Bild-Medien-Analyse. Genau, also einfach machen ist natürlich super einfach, wenn man super viel Equipment irgendwie in der Hinterhand hat, wie ich immer so gern Rudi Carell zitiere, wenn man etwas aus dem Ärmel schüttet will, muss man vorher etwas in den Ärmel hineingepackt haben, ja klar, wenn man ein super Video-Setup irgendwo zu stehen hat, dann kann man natürlich auch einfach machen, wenn man das nicht hat, wird es schwieriger. Ja, schon. Genau, würde ich auch einfach mal sagen, wollen wir mal auf den Ausgangstweet gehen, den wir ja auch ganz entspannt einfach mal uns angucken können, das war ja wirklich auch nicht, ich fand dieser Abtausch, also ich suche selten Streit über Twitter, war auch in dem Fall gar keinen Streit suchen, aber da konnte ich nicht anders. So, ich gucke gerade mal, wann das Ganze angefangen hat, das war nach Ostern. So. Genau, so, Powerpip klein, schön. Genau, also Jürgen Hatke ist ja definitiv für seine, lass es mal machen und nicht so viel rumeiern, das finde ich persönlich immer sehr, sehr charmant. Als ich dann dieses und, und, wenn man seine Tweets kennt und auch seine Videos, dann ist es ja schon so, Leute, warum dauert das hier so lange? Und das, das mag ich sehr an seinen Tweets, auch weil er als, das ist jetzt so meine persönliche Sicht, als Emeritus, so wie ich das sehe, auch einfach super viel Erfahrung hat. Einfach sagt so, Leute, ich habe mir das jetzt lange genug angeguckt, wir machen das jetzt. Und das ist, glaube ich, so der Kontext auch von diesem Tweet. Und letztendlich ist das ja auch, also, um da jetzt nochmal einzusteigen, ist das ja auch genau mein Mantra. Also, ich meine, worauf warten? Irgendwie die äußeren Umstände sind zum Teil desaströs, was irgendwie die Technikvoraussetzungen an den Unis angeht. Also, wenn die Unis nicht liefern, dann kauft man sich das Zeug halt einfach privat und schleppt das halt dahin und nutzt das halt einfach oder baut sich halt zu Hause irgendwie ein gutes Setup auf. Oder wenn irgendwie die Uni kein Studio hat, dann baut man sich halt ein kleines Studio, so wie irgendwie hier mein Greenscreen jetzt im Büro ist zusammen. Die Guerilla Studios. So ein Guerilla Studio und dann macht man halt einfach. Und also diese, ja, ich habe das auch früher super viel, als ich mal irgendwann, also noch lange, lange vor C-Zeiten in der AGI-E-Learning gesagt habe, ich mache jetzt so Videos und lade die halt bei YouTube hoch. Und dann gab es sofort, wie, du lädst die Videos bei YouTube hoch und da kann dir jeder angucken. Und was ist da mit den Videos, wenn du nicht mehr an der Uni bist? Und wem gehören die jetzt eigentlich? Gehören die dir? Gehören die der Uni? Wer hat da das Urheberrecht drauf? Wie deutsch geht's? Genau. Es gab halt super, super viele Bedenken von BedenkenträgerInnen, anstatt zu sagen, ja, ist halt cool. Gucken wir erst mal, was da halt so passiert. Ja, okay. Und dann, genau, also das ist halt, das ist halt so die eine Seite. Und ich glaube, das geht ab einem, oder bis zu einem gewissen Punkt, dass man eben sagt, okay, ich versuche es alleine. Oder ich mache, ich habe hier irgendwie eine Kamera und ich habe hier meinen Laptop. Da werden wir auch kleine Aufbauten sehen. Was mich an dem, das heißt gestört, aber was sozusagen von, was nicht mehr in dieser Botschaft ist für mich, dass man sagt, okay, macht eben diese Richtung oder dieses Nichtsnaken machen. Das passt für mich nur für diese kleine Guerilla-Lösung, sage ich ganz ehrlich. Wenn man das Bild sieht und ich will, dann ist es ein wunderschöner Raum, wo man schon sieht, das ist wahrscheinlich kein Privatraum, weil er eben doch sehr, sehr speziell ist. Es ist ein funktionaler Raum, da steht irgendwie nicht noch was Privates, sondern da ist irgendwie im Altherrenstuck, keine Ahnung, ob das ein Thing ist, aber der wurde aufbereitet. Da ist irgendwie ein Ambient Light, dieses Blaue. Und wir können jetzt über ganz viele Bereiche, das ist ja auch nur ein Ausschnitt, um das fairerweise zu sagen. Und dann habe ich diese Kamera gesehen. Und das ist einfach, so wie ich es gesehen habe, eine Pocket Cinema Kamera. Das ist eine, mit der könnte man auch Hollywood-Filme drehen. Die kann 4K, vielleicht ist es auch die 6K-Variante. Also die kostet einfach mal nur dieser kleine Ausschnitt, wo jetzt meine Maus ist. Und die Linse ist nicht dabei. Die kostet einfach mal, sagen wir mal, irgendwie 1300 ohne Linse. Ohne Linse bringt einem das nichts, plus Linse, sagen wir mal, wir sind fair und sagen, das ist sowas im Budget-Bereich, 300, 400 Euro. Dann kostet die Kamera, so wie sie da steht, 1700 Euro. Da ist noch keine Festplatte dabei. Das ist da nicht dabei. Das ist nicht wie bei einem Handy. Da ist kein Mikrofon dabei. Da ist noch kein Stativ dabei. Die kann ich alleine schweben. Das HDMI-Kabel. Und wie gesagt, ich will mich jetzt auch nicht rein und keinen Rant hier lostreten. Aber allein diese Kamera ist so ein so spezielles Bauteil. Und wir haben die auch am Institut. Deswegen weiß ich dafür und habe da auch schon drüber geflucht. Und habe auch schon die eine oder andere Stunde in der Benutzeranleitung. Dieses Bild zum Beispiel kommt nicht natürlich. Also da ist ein Dozent, der bereitsteht und der wahrscheinlich auch da bereitstehen musste. Das Bild kommt da so nicht raus. Man hat so eine Art Grauschleier drüber. Und du musst erst mal Color Grading betreiben. Und jetzt könnte ich noch ein paar andere Punkte mich auslassen. Aber effektiv, was mich so stört ist, dass man, wenn man das Bild sieht und sagt, die haben auch nicht gesnarkt, die haben direkt gemacht. Okay, das Bild wollen wir das auch. Dann kostet das Setup irgendwie x-tausend Euro. Und dann merkt man so, ja, aber ich kann die Bausteine gar nicht zusammenbauen. Weil das sehr speziell ist. Da ist kein Bildstabilisator drin. Und wenn es dann heißt, lass uns doch kurz einen Shot für den Tag der offenen Tür machen. Dann rennt man mit der 1700-Euro-Kamera, wo man halt denkt, wenn ich ein Handy für 1700 Euro kaufe, dann kann das doch auch alles. Und dann rennt man dadurch von mir aus in einem anderen Kontext. Und dann merkt man, dass das überhaupt nicht funktioniert, weil man sich ein Spezial um die Ecke Bit-Dübler gekauft hat. Und eigentlich wollte man nur einen Akkubohrer. Also, ich hoffe, das war jetzt keine Habeck-Schell-Metapher. Schwierig. Ja, keine Ahnung. Also sozusagen, man hat sich jetzt einen Ferrari gekauft, den man eigentlich nicht richtig fahren kann. Dabei hättest du ja Golf-Feeder getan, so, ne? Vielleicht. Genau. Oder man hat sich ein teures, um jetzt in der Nachhaltigkeitsblase zu bleiben, man hat sich ein teures Rennrad gekauft mit Carbon-Rädern und irgendwie Schlauchreifen. Und dabei hättest du irgendwie so ein City-Rad vielleicht mit einem Körbchen hinten dran. Wäre viel praktischer gewesen. Genau. Und ich nehme an, dass die da auch Medien und Leute für haben, weil, wie gesagt, da sind irgendwie, ich sehe mindestens, also, das ist ja auch ein Up, also, hier soll, hier sehe ich auch noch einen Laptop. Also, da sitzt ja anscheinend jemand und macht Quality Assurance oder Quality Check, so wie wir das auch machen am Institut. Aber das ist ja, hat, ich will auch auf jeden Fall sagen, das hat ja schon ein gewisses Setting, dass da jemand mitsitzt. Und das fehlt mir einfach bei, lass uns einfach mal machen, weil man eine Medientechnik braucht. Und mit denen würde ich vorher reden, bevor ich kaufe. Und, ähm, ja, auch so mit dem Teleprompter und so, das wollen immer alle. Und wenn man dann merkt, okay, ich muss aber mit meinem Text kommen und ich darf nicht vom Text abweichen und ich muss den quasi vorher geprobt haben, dann merkt man, dass man eben keinen Freiflug-Powerpoint-Karaogi halten kann. Und dann merkt man so, boah, ist vielleicht doch nicht so cool mit dem Teleprompter. Naja. So, das war so der Ausgang. Und dann würde ich sagen, gibt es sozusagen eine, das ist schon die wirklich krasse Variante, die ich ja gut finde. Wie oft habe ich gesagt, wir brauchen ein Studio. Aber vielleicht leiht man sich das Zeug vorher erst mal, guckt, was man davon braucht, ob das was ist, ob das cool ist, mit einer 4K-Kamera aufzunehmen und ob man auch das Personal dafür hat. Ja. Ja, und ich meine, ich bin, ich habe halt das Personal dafür nicht. Also, ich bin halt immer irgendwie die One-Man-Show. Ja. Und bin froh, wenn mir im Zweifel mal jemand in den Twitch-Chat schreibt, oh, pass auf, Matthias, du hast gerade mal wieder aus Versehen das falsche Mikrofon ausgewählt. Der Ton klingt heute ein bisschen nicht so ganz so günstig. Wollen Sie, wie letzten Freitag? Ja, wie gestern, weiß ich nicht. Das habe ich letzten Freitag gestreed. Ich glaube, es war, ah, nee, es war gar Freitag. Ich glaube nicht, dass du, nee. Aber irgendwann war die, ja, okay. Aber gestern, also gestern habe ich ja drei Streams gemacht und bei dem zweiten waren so die ersten fünf Minuten sehr hallig, weil da halt wieder das Raummikrofon an war. Das war ganz, ganz, ganz am Anfang, ne? Nee, das ist schon vom letzten Jahr, das ist schon nach meinem Umzug, da habe ich mir halt, das ist aber mein Home-Setup. Ah, okay. Das ist schon, sagen wir mal, ja, das, was ich jetzt immer noch benutze, das sind meine altertümlichen 17-Zoll-Monitore von 1812. Ein Vakuum-Schreibtablett, ein gutes Rode-Mikrofon. Das werden wir, glaube ich, auch bei MyLab gleich noch mal sehen. Ja. Da hast du ja auch was vorbereitet. Ja, so ein bisschen. Und das, was da oben so in ganz schwarz über dem Monitor hängt, ist eine Brio-Kamera mit ziemlich viel Abschattung, damit die halt kein Streulicht vom Fenster und so bekommt. Ah, okay. Und dann ist das bei mir zu Hause, ja, ich habe das eben seitlich zum Fenster hingestellt. Das heißt, ich muss das Fenster mal abdunkeln, ein bisschen Licht im Raum anmachen. Manchmal stelle ich mir noch so eine Ikea-Leuchte auf diese Box, die da rechts steht. Dann habe ich so ein bisschen indirektes Licht noch von der weißen Wand, so ein bisschen diffus. Und dann kann man da schon ganz gute Sachen machen. Ich habe da jetzt nicht so einen Ambient-Light-Instagram-Able-Hintergrund, aber für so, ich rechne ein bisschen was. Was ja wieder die Kollegen haben, um auch mal was Positives. Also ich feiere das ja auch total. Aber auch dieses blaue Licht-Mintergrund, das hat null Funktion, außer dass man sagt, okay, wir wollen halt, dass es ein bisschen angenehmer aussieht. Auch, dass es eben kein Greenscreen ist. Also mir gefällt der ja auch total viel an dem Bild. Genau. Das heißt, du guckst, was sieht man an dem Hintergrund? Ja, mein Wohnzimmer sieht halt nicht so aus, wie der Raum, den wir vorher gesehen haben. Ja, ist doch normal, dass man hier so ein Seitenstuck und einen Kronleuchter hat, oder? Ja, aber die Kronleuchter sieht man nicht im Kamerabild. Der macht vielleicht doch mal schön diffuses Licht, wenn man ihn anmacht, ja. Ja, und auch was, also was ich mich ja auch gefragt habe, hier sehen wir jetzt bei dir, du hast das Mikrofon direkt vorne, dein Mikrofon sieht man jetzt auch nicht. Ich meine, es ist natürlich das hier. Also es gibt so viele Arten an Mikrofonen, die auch einfach eine unterschiedliche, auch ein Nutzungsszenarie hat. Und allein da könnte man jetzt eine Stunde drüber abnäuten. Und was ich auch nicht an dem Bild verstanden habe, man sieht ja hier oben noch ein zweites. Das heißt, hier könnte, aber genug Platz auf dem Bild ist nicht für eine zweite Person. Das heißt, sie haben zwei Mikrofone. Ich habe jetzt auch kein Lavalier gesehen. Gut, man bräuchte noch mehr Bilder, die wir leider nicht bekommen haben. Und auch das fairerweise an der Stelle zu sagen. Dann habe ich mich schon gefragt, warum sie jetzt hier zwei Shotgun-Mikrofone benutzen. Und vielleicht hat das einen größeren Sinn. Ich habe, wenn ich jetzt in so großen Räumen was drehe, dann, und habe auch was, was wir bei dir in der Werkstatt gedreht haben für den Trailer. Finde ich mit Lavalier einfach. Aber es kommt so ein bisschen auf das Nutzungsszenario. Genau. Und ich habe halt zu Hause in meinem Homeoffice-Setup eben auch so ein ganz einfaches Lavalier-Mikrofon. Das habe ich hier auch noch rumzulegen. So ein USB-Kabel gebundenes für so ein paarunddreißig Euro. Und das hat dafür auch einen ganz guten Sound. Aber klar, jedes Mikrofon klingt immer gut, bis man ein Mikrofon daneben stellt, was noch besser klingt. Ja, zumal auch das mit dem Kabel klingt cool, bis du merkst, dass du doch mal an die Wand oder an das Whiteboard oder wo auch immer du hin, du möchtest woanders hinlaufen. Und dann reißt dir halb das Ohrläppchen ab, weil du halt merkst, okay, das ist ein normaler Kabel. Und dann überlegt man sich. Dann fragt sich, okay, jetzt hätte ich gerne was, was überträgt. Und auf einmal denkt man sich aber, einen Kanal und eine Frequenz will ich mir auch nicht aussuchen. Und auf einmal wächst die Wunschliste und das Optimierungsproblem steigt. Und irgendwann denkt man sich so, ja, aber ich will jetzt keine 2.000 Euro dafür ausgeben. Aber leider ist man schon in der Riege und dann, genau. Aber die einfachen Kabel werden es auch tun. So, dann haben wir noch ein zweites Bild von dir. Und das ist jetzt auch schon, das ist auch schon so gefährlich in dieser, ja, man braucht wahrscheinlich schon jemanden. Und auf einmal haben wir wieder, das ist blau irgendwie, hier ist blau. Ja, ich benutze aber auch oft blau. Okay, und dann haben wir irgendwie hier so richtige Bahn-Doors. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja, mindestens fünf Lichter. Hier sehe ich noch ein Stativ an der Seite. Das ist entweder eine Kamera. Genau, hier ist noch eine Kamera. Also, das ist schon so sehr gefährlich nah an der professionellen, wir bauen ein Studio nach Variante. Genau, das ist halt von unserem Medizintechnik-Forschungscampus Stimulate, das Studio. Ich, also, ich, ich, ich versuche mal vorsichtig ein bisschen was dazu zu erzählen, ohne, ohne sozusagen irgendwie zu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern. Dieser Raum war eigentlich meines Wissens mal als eine Bibliothek geplant. Und dann hat man, hat halt irgendwann gesagt, ja, gut, eine Bibliothek so richtig so mit Büchern und so brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das ist irgendwie die ganzen Paper und Sachen, Zeitschriften sind alle online. Und, ja, warum war dieser Raum als Bibliothek geplant? Weil der keine Fenster hat. Das ist ein reiner Innenraum. Der ist so zwischen zwei Fluren. Und dann hat halt eine sehr schlaue Person gesagt, hey, Moment, wir haben einen Raum ohne Fenster. Das ist das ideale Studio für Studienwerbungsfilme. Und hat das dann angefangen, zu einem Studio auszubauen. Und das hat dann nochmal in der, in Pandemiezeiten natürlich einen richtigen Schub bekommen, weil dann auch viele Konferenzen halt online stattfanden und man viele Vorträge irgendwie streamen musste oder aufgezeichnet hat. Und man natürlich, also so wie man früher zu einer Konferenz gefahren ist und sich vielleicht irgendwie eine schicke Klamotte angezogen hat, damit man da irgendwie seriös rüberkommt, kann man natürlich jetzt damit glänzen, indem man halt Konferenzvorträge und Beiträge einfach mit einer guten Audio- und Videoqualität abliefert. Und da eben nicht irgendwie so ganz rauschig und hallig in so ein schlechtes Mikrofon spricht und dann so mit argem Seitenlicht im Schattenriss abgebildet ist. Und auf der, also wir sehen jetzt so, würde ich sagen, ungefähr so die Hälfte von dem Raum. Und in der anderen Hälfte ist praktisch auch ein Greenscreen-Studio. Also da steht ein Tisch oder wie ein Schreibtisch, an dem man sich halt ransetzen kann oder man kann auch was im Stehen präsentieren. Und dann gibt es halt ein Greenscreen und da wurden dann so die typischen, ich, so wie wir, ich spreche vor einem, vor meinen Folien, meine Folien sind Gast in meinem Bild, so wie ich halt auch meine Videos mache. Und dann hat man natürlich da den Vorteil, man hat immer das gleiche Licht eben. Und ich muss ja bei mir gucken, wenn jetzt, ich habe jetzt ein bisschen Licht von draußen, ich habe zwei Softboxen. Wenn es jetzt draußen richtig dunkel werden würde, dann müsste ich hier ein bisschen an der Kamera nachjustieren, die Farbtemperatur nachregeln. Sonst fängt halt mein Color, mein Chroma-Keying-Filter hier irgendwie anzuschwimmen. Und solche Probleme hat man natürlich da drinnen nicht. Das ist so der Vorteil von einem, ja, oder, ich sage nur Lightboard, ne? Lightboard und irgendwie Licht, was von draußen irgendwo reinkommt. Wir haben gerade eine, der Johnny Zepp sagt Servus. Gude. Servus zurück. Servus. Nach, nach. Ich nenne mich jetzt Johnny. Genau, was ich aber im Moment, so irgendwie 25 Sätze kurz zurück. Ich habe es zu spät gesehen, ist das Wort des Streams aktiv. Naja, wir sind ja jetzt gerade noch live und ich werde, wir werden den On-Demand wieder hochladen. Ja, also das ist nicht zu spät. In einem Freitagabend-Stream kann man nicht zu spät sein, außerdem sind wir irgendwie erst seit, mit richtigem Inhalt seit 10 Minuten live. Also holt euch einen Kaffee und es ist alles dabei. Du hast gerade gesagt, dass die Idee war, in dem fensterlosen Raum eine Bibliothek zu eröffnen. Wie kommt man auf die Idee, in einem fensterlosen Raum primär zuerst eine Bibliothek zu planen? Keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. Es ist schon sehr speziell. Also, PC-Puls, ja? Ich bilde mir ein, dass ich früher an irgendeinem Raumschild da mal gelesen habe, Bibliothek, und mich dann gefragt habe, Bibliothek. Und dann, ich glaube, mittlerweile steht da auch einfach drauf, Aufnahmestudio. Okay. Und auf jeden Fall gibt es dort eine Person, die das alles sehr professionell bedienen kann. Aber auch hauptamtlich? Oder ist das so, wir haben einen Studenten, der hat irgendwie mehr als Interesse gezeigt, und dann wurde der verhaftet? Nee, nee, nee. Das ist schon eine Person mit einer Dauerstelle. Okay. Weil das finde ich halt schon wichtig. Also, dass man vielleicht auch mit denen, ich bin ja auch nicht direkt bei uns in der Medientechnik tätig, aber es ist ein ganzes Team. Und es funktioniert einfach besonders gut, wenn sich die Leute darauf spezialisieren. Ich habe es, glaube ich, schon mal anekdotisch erwähnt, dass zum Beispiel auch die Videos bei uns am Masse-Platten-Institut, wenn wir da für unsere MOOCs oder wenn Gäste, wie auch immer, was aufnehmen, das macht eine Person, die bekommt immer die gleiche Art von, hier brauchen wir einen Schnitt, da brauchen wir eine Überblende. Eigentlich versuchen wir, vor allem One-Shots zu machen. Und dann ist das eine Person, die primär schneidet, und dann gehen da manchmal zwei Dutzend Videos am Tag. Also, wir sind eine richtige Content-Fabrik, wenn man das so will. Und das kann durch Spezialisierung und durch Arbeitsteilung natürlich funktionieren. Da ist man lange aus, einfach mal machen, weg. Genau. Und so ähnlich ist das dann bei uns dort auch. Aber das ist eben eine Person, die an diesem Forschungscampus arbeitet und die jetzt eben nicht zum Beispiel in der Medientechnik oder im Medienzentrum oder so arbeitet, sondern schon aus diesem Fachbereich, aus der, ja, im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal, einer Fakultät zugehörig ist. Ja, das heißt, es ist irgendwie so ein Querschnittsabteilungs... Ja, und ich meine, natürlich, ich habe jetzt kein, weiß nicht, müsste ich jetzt wieder recherchieren und suchen. Irgendwo wird es auch ein Foto geben von mir, wo ich in unserem richtigen, professionellen Video-Studio stehe, von der Uni, wo ich zum Beispiel ja mal was für die Kinder-Uni aufgenommen habe. Und ich meine, da sieht das natürlich ähnlich aus. Du hast so einen Greenscreen und einen Whitescreen und irgendwie verschiedene Kameras, verschiedene Mikrofone, verschiedene Sachen, die man halt hinstellen kann. Das Ding ist halt, und ich meine, dann sitzen natürlich super professionelle Leute, die halt jeden Tag nichts anderes machen, als Videos aufzuzeichnen, dort in diesem Studio oder mobil für die Social-Media-Kanäle der Universität, für den YouTube-Kanal und so weiter. Was halt, also was bei mir immer so ein Ding ist, wenn ich mich in, ich sag mal, mein eigenes, wie du es nennst, Guerilla-Studio setze, dann habe ich keinen hier, der jetzt irgendwie guckt, ob das mit dem Bild und Ton so passt. Da bin ich halt selber für verantwortlich. Aber das entspannt mich in der Hinsicht, als dass ich sagen kann, okay, ich probiere das jetzt mal aufzunehmen und wenn das nicht funktioniert, dann klicke ich halt einfach auf löschen und fange nochmal an und wenn du halt in diesem professionellen Studio stehst und du weißt, da sitzt jetzt jemand sozusagen, der macht eine Aufnahmeleitung und eine Regie und dann sitzt da jemand, der guckt halt, ob das Kamerabild gut aussieht. Dann sitzt jemand da mit so einem Kopfhörer und hört halt, ob der Ton gut klingt. Und die sind jetzt alle nur für dich da und dann sagt, Matthias bitte und dann sagt, Entschuldigung, wie war nochmal mein Name? Ja, und das, also, da muss man, da muss man auch erstmal mit umgehen können. Also, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, weiß man, okay, da gibt es halt Leute, die stammeln sich da noch schlimmer ein zusammen als man selbst und das sind die halt alle gewohnt und das gehört total zu ihrem Job dazu. Aber das, also, ich finde das immer anstrengend, sage ich mal so. Dieses, du bist dann da in dem Profis. Und ich glaube, da ist halt so der Vorteil, wenn du, wenn das dann wieder so ein, ich sag jetzt mal, semi-professionelles Studio, wie genau das, was wir jetzt halt auf dem Bild sehen, wo du weißt, das ist halt in deinem Fachbereich, das ist in deinem Gebäude. Du bist nicht jetzt schon wieder extra irgendwo hingefahren. Ich verbrenne dich gerade 500 Euro die Minute. Ja, genau, also, du bist jetzt nicht nochmal auch sozusagen, ja, du bist nicht extra an einen anderen Campus gefahren oder so. Das, das, das kann schon, total entspannen. Ja, definitiv. Also, dann sind wir so, vielleicht um, um da, ich hab's, wir haben's mal rausgesucht, Alexander Lasch ist auch sehr dafür bekannt, das ist tatsächlich aus dem, letztes Jahr April, aber auch, ich find's einfach sehr interessant, so ein paar Evolutionen, zwei Ringlichter. Ich bin ja, ich persönlich, ich bin ja absolut gegen Ringlicht, weil ich's einfach überhaupt nicht einsehe und das so Instagram, aber das ist einfach keine, das ist eher so innerer, eigener, Ablehnung, ich hab da eigentlich keinen Grund für, aber ich hab keinen Vorteil gegenüber einem Ringlicht bisher gesehen, aber er hat zwei Kameras. Ich muss auch sagen, ich hab auch kein Ringlicht, ich, ich find Softboxen gut, ich find LED-Flächenstrahler gut, du kannst nachher noch das Bild zeigen mit den, mit den, was weiß ich, Reispapierlampen von einem großen schwedischen Möbelhaus, die machen auch ganz passables Licht. Boah, okay, da bin ich wieder raus, also bei, bei LED-Panels oder auch, äh, den hier 50-Euro-Boxen, ja, aber bei, okay, was ich noch interessant fand, auch, und auch hier sind wir direkt schon beim, nächsten Prof, ähm, Dietmar Till, Rhetorik-Prof aus Tübingen, einfach coole Inhalte, und ich feiere einfach, dass er seinen Stil sozusagen einfach gefunden hat, auch über die Corona-Semester, um das C-Wort mal einfach hier im, Buzzword-Bingo reinzubringen, und ich habe mir speziell die Szene, oder das Ende, das Ende sozusagen von 13 Minuten 38, ja, Matthias, kurze Videos, und er endet, ähm, eben, und dann kann man besonders gut sehen, dass erstens, klickt er gleich auch auf, da war's, dann ist die Folie draußen, das heißt, er endet nicht einfach mit so, hier ist die Folie, fragen bitte an meine Tutoren, und es ist ein echtes, also ich behaupte, das ist ein echter Hintergrund, und da sehen wir, ich mache mal Vollbild, und auch er hat, das ist, glaube ich, auch eine Controller-Box, also das, ein Control-Display sozusagen, damit er sieht, ob er gerade out of shot ist, Lavalier-Mikrofon, das heißt, so ein bisschen gestik ist, äh, möglich, und er hat eben auch ein, Atom Mini wahrscheinlich, genau, ein Atom Mini, also so von der Kategorie her, ähm, Buttons, die Videosignale kontrollieren, und auch da muss ich jetzt nochmal zurück auf das Bild von Professor Handke, wir sehen, und ich vermute, dadurch, dass es hier eine Preview ist, dann Programm, und die Kamera 1 bis 4, vermute ich, dass es auch ein Atom ist, einfach so vom, wie es aussieht, wir haben ja leider keine anderen Bilder gesehen, und die Vierer-Signale müsste der Mini noch können, ich will darauf hinaus, dass wenn man sich jetzt auch dieses, das ist ungefähr so groß wie so eine Tastatur, also das ist relativ handlich, wir hatten ja auch bei unserem Vorort Stream eins dabei, und es kommen eben sehr spezielle Features, und es gibt vier Stück davon, das hat, da muss man sich genau irgendwie die Tabelle angucken, und wenn man jetzt auch sagen müsste, oh, ich will jetzt, ich will jetzt die, den Dietmar Till Look sozusagen, und das finde ich cool, und dann merkt man aber, ich will aufnehmen und auch streamen, und dann kauft man sich von mir aus die kleinste Einheit, weil man das vielleicht doch vorstrecken muss, und dann merkt man irgendwie so mittendrin, weil man, man kann ja jetzt auch nicht erwarten, dass alle sich mit allen Features auskennen, dass das gar nicht gleichzeitig geht, und das kann zum Beispiel nur die große Variante, und das baut irgendwie alles so ganz nervig aufeinander auf, und dann ist die Frage, benutze ich einen Hardware oder einen Softwarelimiter, und wir sind ja so die, die Nerd-Fraktion, die irgendwie auch Bock drauf haben, und dann überlegt man sich, mache ich einen manuellen Weißabgleich oder nicht, ist jetzt keine Frage, die sich die durchschnittliche Lernpersonen, nicht im Sinne von mental begabt durchschnittlich, sondern die Kernaufgaben von Lehrenden, auch Lehrkräften und so weiter, können ja auch manchmal so ein bisschen die Schule mitdenken, die liegt einfach woanders, die liegt eben nicht darin, sich über Signalketten Gedanken zu machen, und deswegen, ich glaube, ich wehre mich auch einfach sehr hart gegen diese grundsätzlichen, macht jetzt alle das, ist mir egal, ob das irgendwie eine Software ist, ich finde zum Beispiel Moodle total cool, aber ich würde jetzt nicht Moodle für jeden Zweck empfehlen, und genauso möchte ich Task Cards oder eine andere oder auch Mentimeter, ist auch cool, weil Mentimeter ist zum Beispiel total blöd, wenn du an deine Daten kommen willst und das exportieren willst und genauso ist halt ein Atem Mini total cool, wenn man einen speziellen Anwendungsfall hat und wenn man den halt nicht hat, dann, ja, dann möchte man das, dann hat man sozusagen nicht das Anwendungsproblem, das man mit dem lösen könnte, so, um das nochmal abzuschließen. Ja, ich habe auch ein Atem Mini und das erste und einzige Mal, dass wir es benutzt haben, war bei unserem Vor-Ort-Stream halt, ja. Ist halt für ein 280-Euro-Gerät ein bisschen bitter, also. Jaja, aber ich meine, hm, also ich habe sonst halt bei mir jetzt so im Büro noch nie so den riesen Vorteil gesehen, was aber irgendwie auch daran liegt, dass ich im Normalfall mit meinen USB-gebundenen Webcams hier ganz gut zurechtkomme und nicht so den riesen Vorteil gesehen habe, mir jetzt HDMI-gebundene Systemkameras hier nochmal überall hinstellen zu müssen. Genau. Also ich habe zum Beispiel auch da so ein bisschen Lehrgeld gezahlt, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt irgendwie nur eine Kamera, die würde ich jetzt gerne anschließen, also kaufst du dir eine Capture-Card. Gesagt, getan. Gleiche Überlegung bei der zweiten Kamera. Hm. Also kaufst du dir eine Capture-Card. Ja, ist schlecht. Irgendwann kommt halt mehr dazu oder man leiht sich auch mal was aus, wenn man irgendwie ein Projekt hat. Und dann merkt man so, eigentlich wäre es zum Beispiel für mich doch schlauer gewesen, hätte ich ein ATEM Mini, weil das ja quasi eine laufende Capture-Card ist. Weil man kommt ja eben nur ein Signal rüber. Also auch da, ja, das Lehrgeld wird sozusagen irgendwann gezahlt. und natürlich will eine Uni oder auch ein Institut oder auch eine Schule, wie auch immer, die wollen natürlich wissen, wofür wird das eingesetzt. Und da hat wahrscheinlich Handker auch recht, dass man sich wahrscheinlich eher zu viele Konzepte und Ideen macht und dann eben nicht macht. Aber, ja, so ein bisschen. Ja, aber wahrscheinlich muss man halt auch einfach dieses Lehrgeld bezahlen. Also, weil sonst überlegt man sich halt tausend Sachen vorher, das hätte, könnte, sollte, würde. Und, also, ich, ich hab, also, ich hab mir irgendwann mal halt für, Mikro, also, ich hab früher meine ganzen Videos mit einem, ich glaube, oh, wie heißt denn eigentlich die Firma? Samson, glaube ich. Ja. Also, mit so einem USB-Mikrofon gemacht. Das hat, das hat mir mal der Jörn-Lowes-Schach empfohlen. So. Irgendwie so ein 50-Euro-USB-Mikrofon. Und das hab ich dann auch so in der ersten Corona-Zeit benutzt, einfach weil das halt besser klingt als die eingebauten Mikrofone, als die Mikrofone in den Webcams. Und das war irgendwie okay. So. Und dann war aber genau das, was du halt sagst, hm, ähm, du bist dann so an dieses, an dieses Standmikrofon gefesselt, dann hab ich mir halt irgendwie dieses, dieses billig-Lavalier-Mikrofon halt gekauft. Das kabelgebundene. Das kabelgebundene, so. Und dann war das schon mal nett so. Und ich meine, und dann hab ich mir irgendwie noch ein Mikrofon gekauft und noch ein Mikrofon. Und dann meine, meine Familie hat schon mal gesagt, wozu brauchst du jetzt noch ein Mikrofon? Du hast schon fünf, so. Dann sag ich, ja, aber das ist noch mal ein bisschen anders. Und ich meine, letztendlich ist es jetzt tatsächlich so, ich hab keine Ahnung, x Mikrofone, und ich benutze die alle tatsächlich regelmäßig, weil die dann, das eine hat da einen Vorteil, das andere hat da einen Vorteil, dann, und da musst du nicht immer auf- und abbauen, dann nimmst du halt einfach das irgendwie, ähm, und ich hab halt auch jetzt x Plätze, wo ich irgendwie Sachen aufzeichne, zu Hause, im Büro und hier und da, und dann hab ich halt überall das passende Mikrofon dafür, für den jeweiligen Raum und für den jeweiligen Anwendungsfall. Und total gut, dass ich jetzt irgendwie x Mikrofone habe. Und diese Unterschiede bekommt man halt erst raus, wenn man sie halt kauft und tatsächlich benutzt. Und ich meine, also da gehört eben auch dann leider mal dazu, dass man vielleicht mal ein Mikrofon, also ich hab, also ein, zwei Mikrofone hab ich auch, die hab ich jetzt vielleicht in den, selbst in den zwei Corona-Jahren hab ich die vielleicht zwei, drei Mal benutzt. Aber selbst da, als ich sie dann benutzt habe, war es total sinnvoll, dass ich sie benutzt habe. Mikrofon-Konnoisseur. Wir haben gerade eine Nachricht von Tanja bekommen. Sie meinte, sie hat mir dann kurz einen Link geschickt, deswegen war ich so ganz kurz Split-Attention-mäßig nicht ganz so dabei. Und das will ich direkt gerne mal zeigen, weil wenn man hier schon einen Link bekommt, ähm, von, es ist, äh, die Thea aus Ost-Westfalen-Lippe. Ich nehm, ich nehm an, also es ist ein Link von einem Prof. Genau, auch hier wieder Ringlicht und dann, äh, das sieht stark nach OBS aus. Ich würde es gerade einmal abspielen. So, wie mache ich das mit Hybriderlehre? Also, ich benutze Streamlabs, ein Programm. Hörst du das? Nee, ne? Nee, ich höre das nicht. Ja, das ist natürlich, das ist jetzt, auch hier wieder Signalkette, ähm, ich mache einfach mal weiter. Ich glaube, du kannst rein vom Videoformat folgen. Ich kann dir dann kurz erzählen, was es for free gibt. Und da sind verschiedene Szenen eingerichtet, die ich vorbereitet habe. Okay, also anstatt OBS, wie wir es, äh, genau, ihr müsst jetzt hören, weil ihr das mit drüber gelingt. Äh, anstatt OBS Streamlabs, da ist ein Ringlicht, das steht natürlich drei Meter weit. Ich glaube nicht, dass das irgendeine Funktion hat, aber da kommt das. Naja, es sieht halt schick aus. Also ich hab, ich mein, ähm, kurz, kurz, meine Erfahrung dazu, das Licht in normalen, das sieht ja jetzt nach einem Hörsaal aus, ne? Also man sieht da Hörsaal gespült, man sieht halt, es geht so eine Treppe hoch. Ähm, das Licht in den meisten Hörsälen ist halt jetzt so, du stehst halt vorn, lässt dich irgendwie von der Frontkamera oder von der Kamera auf dem Stativ filmen für eine Lehrveranstaltung, ist meistens übel. Es gibt halt viel Licht von oben, manchmal Licht von der Seite. Ähm, eigentlich fehlt so ein bisschen, also ich hab ja da, meine zwei mobilen Lichter, die packe ich dann sozusagen so direkt neben den Laptop, dass die mich so ein bisschen von unten anstrahlen, dann sieht man nicht ganz so gruselig aus. Und ganz, ganz, ganz schlimm wird es halt immer dann, wenn die Kamera, und das lässt sich manchmal nicht vermeiden, wenn die Kamera halt hinten so ein Stück Beamer-Bild halt mit filmt. Weil das ist dann sehr hell, man selbst davor sieht dann halt sehr dunkel aus. Wegen dem weißen Blech. Ja, genau. Und dann ist... Lass mal noch hören, ähm, der Johnny Sepp schreibt, es ist eine Razer Q als Webcam, sagt mir selber jetzt nix, aber es macht nix. Die teilweise Vorlesungsmaterialien zeigen, teilweise auch Kamerabilder eingeblendet werden. Ich hab hier eine Kamera stehen, die mich zeigt. Wie bitte? Die ist wahrscheinlich in dem Ringlicht eingebaut. Genau, die ist im Ringlicht, er geht gleich rum, also... Okay. Und dann hab ich hier hinten in der Ecke noch eine Kamera. Boah, das ist schon mal starke Aussicht. Okay, und da ist, Moment, da ist wohl noch eine. Die das Publikum zeigt. Die zeigt das Publikum, hast du es gesehen hier oben? Ja, die zeigt das Publikum. Ja, da nehm ich ja immer mein Handy auf dem kleinen Stativ, stellst du auf den Polen. auch nicht schlecht. Ja. Und jetzt zeig ich mal, was man auf dem... Die Tafel kann raus, ne? Kleiner Seiten von mir. Ja, ich wollte gerade sagen, da war jetzt keine Tafeln. Da waren zwei Tafeln. Aber gut, um die E-Mail anzuschreiben, unter dem man die Tutoren erreichen kann, ist okay. Auf der Projektionsfläche sieht, hier sieht man gerade den Wartebildschirm und dass es gleich losgeht. Und was man hier auch sieht, ist, dass parallel eine Zoom-Session läuft. Das ist richtig stark. Das ist richtig stark. Auf der anderen Seite sind auch noch welche, schreibt Tanja. Na gut, na gut. Zoom-Session wird das angezeigt. Naja, das ist, wir haben glaube ich auch irgendwo so ein Hörsaal, wo so Tafeln rechts und links und dann ist so Projektionsfläche in der Mitte. Hast du es gerade gesehen? Da war ein Algato-Stream-Deck. Bin ich auch überhaupt kein Freund von, aber immer mehr Lehrende sagen, ja, aber das ist dieser Button. Ich habe das akzeptiert. Es ist okay. Es ist leider viel zu überteuertes Produkt. Ist zum Beispiel auch nichts, was ich den Leuten irgendwie direkt in der Top 10 empfehlen würde, aber ich sehe, dass das Feedback eines, das Drücken eines physischen Buttons sehe ich ein. Was ich hier, ja, also ich habe auch keins, aber, aber hier der Kollege von dem Forschungscampus Medizintechnikstudio, der hat glaube ich auch eins oder mehrere und er schwört drauf, weil er sagt, du hast halt einmal den Ärger, das einzurichten und dann kann das auch praktisch dein fünfjähriges Kind bedienen, indem es auf irgendwelche Knöpfe drückt. Ja, lass uns nochmal weiter. Ich weiß, du hörst nichts Matthias, aber wir hören ja was. Dreamlips erzeuge als virtuelle Webcam, als Kamerabild in Zoom. So, und jetzt kann ich hier Szenen umschalten. Ich schalte mal hier auf ich. Ich heißt, das ist diese Kamera. Eine Szene heißt ich. Das finde ich, finde ich sehr, sehr cute, muss ich sagen. Und ja, tatsächlich habe ich auch so, auch wie ich habe so Szenen, Skype, Koop, Debug, klein oder dann auch kopiert, Kopie von Kopie. ist auch so ein, ich glaube, das ist so ein, das versteht man nur, wenn man selber mal Szenen angelegt hat und gemerkt hat so, hm, da heißt jetzt ganz schön viel Leere. Und dann sieht man Szenenübergang, ne, hier bin ich jetzt, hier würde ich theoretisch stehen, wenn ich da stehen würde. Was habe ich noch? Ich habe den Zuschauer, dazu klicke ich auf Zuschauer, dann sieht man, okay, hier ein Zuschauerbild. Da sind jetzt gerade sogar noch. Da würde mich interessieren, ob die, Johnny, vielleicht kannst du das sagen, ob die Stabil, also ob die Hardware da in dem Raum bleibt. Das ist ja einer meiner großen Kritikpunkte, weil wir einfach wissen, wie mit, wie soll ich das sagen, permanenter Infrastruktur umgegangen wird. Das ist mal mehr oder mal minder, pfleglich und wenn man halt weiß, okay, mit dem Stream Deck kann man eben streamen, also hm, wie permanent das Ganze ist, weil das sehe ich einfach, da hätte ich selber keine Lust drauf. Nein, die Hardware wird jedes Mal auf und abgebaut, super umständlich. Boah, das ist krass. Super, super umständlich. Das ist krass. Wir gucken nochmal weiter, also wir sind in die Laptop, Stativ, Ringlicht, Kamera und das Stream Deck. Du hattest mir gerade einen Link geschickt. Ich habe dir gerade noch einen Link geschickt. Okay, deswegen siehst du so komisch. Blaues. Zwei da, die gerade sich verabschieden und ja, was habe ich noch? Dann habe ich noch hier verschiedene andere Szenen vorbereitet, die ich drücken kann. Boah, sick, okay. Hast du das gesehen? Hast du den Übergang gerade gesehen? Haben wollen. Aber nochmal, der war teuer. Andere Szenen vorbereitet, die ich drücken kann, zum Beispiel hier mit Vorlesungsunterlagen habe ich auf dem Stream Deck bedient und jetzt sieht man hier einmal die Kamera mit mir eingeblendet und die Vorlesungsunterlagen und die Vorlesungsunterlagen, die kann ich jetzt hier vorne verändern. Ja, ähm, dazu geht's. Moment, er hat, wer ist denn er? Professor Blankenburg. Habe ich das gerade richtig gesehen? Oder bist du das, Johnny? Ich komme hier. Das heißt, Professor von Blankenburg streamt selber auch auf Twitch. Das macht ihn natürlich besonders, besonders, ah, Prof KVB, das ist natürlich für meine Media Analyse natürlich besonders interessant. Ah, sehr gut. kurze Zwischenfrage von mir, weil ich ja den Ton nicht höre, warum steht denn das Stream Deck zur anderen Seite? Also ich meine, so wie er jetzt steht, sieht er das ja nicht. Oh, das ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Weil, weil das ist jetzt so die Frage, die ich mich fragen würde, bedient er das jetzt alles alleine oder gibt es einen, einen Assistenten, eine Assistentin? Nur für das Showcase-Video gerade. Okay. Weil ich meine, da ist ja ein Kabel dran und dann... Ja, nee, okay, ich verstehe, damit er halt den Kameraschwenk nicht machen muss. Und er bedient auch alles alleine. Also das ist ja durchaus auch eine gewisse Spielfläche. Also... So, wir haben noch eine Minute, wir schaffen das. Wir schaffen das. Hier das Ganze ändere und rumscrolle etc. Dann wird das dementsprechend auch in der Szene richtig angezeigt. Allerdings mit gleichzeitigem Kamerabild eingeblendet und wie gesagt, parallel übertragen bei Zoom. Was man noch braucht, ist natürlich ein Mikrofon und dazu habe ich... Gerade er geht ja über das Mikrofon, das heißt, zu der ganzen Hardware-List. Wir haben noch eine Minute, wir schaffen das. Wir schaffen das. Hier das Ganze ändere und rumscrolle etc. Dann wird das dementsprechend auch in der Szene richtig angezeigt. Allerdings mit gleichzeitigem Kamerabild eingeblendet und wie gesagt, parallel übertragen bei Zoom. Was man noch braucht, ist natürlich ein Mikrofon und dazu habe ich... Gerade er geht ja über das Mikrofon, das heißt, zu der ganzen Hardware-List kommt jetzt noch das Mikrofon und über Strom-Laptop, klar. Er hat sich auch komplett selber in die ganze Technik eingefuchst. Genau. Und das ist einfach... Das machen einige, eben nicht alle, verständlicherweise. Und dann ist da halt auch das, was das Hochschulforum für Digitalisierung als Digital Divide bezeichnen würde. Und da sage ich, den gibt es nicht nur unter Lernenden, den gibt es auch unter Lehrenden. Ja, und das ist also kurz, das Mikrofon, das ist ein Sennheiser, das ist so, glaube ich, die Standard-Hörsaal-Mikrofon-Ausstattung an nahezu allen deutschen Universitäten, das gibt es halt bei uns auch. Moment, ich bin verrutscht, sorry. Ja. Und das, was daneben steht, ist ein... Erkennst du das? Ist das so ein iRig? Ne, ich glaube, das könnte... Also hier steht auf jeden Fall Zoom, das wird so eine Art Verstärker sein. Oder H7 oder... Ja, es ist sogar ein H6, glaube ich. Are you winning, son? Yes, Jisibiaku. Thanks, thanks for joining. Today is a German stream. We are winning, obviously. Nope, USB-Hub. Ne, ich glaube, er meinte... Ja, das dahinten... Ach so, die Stromversorgung selber. Ja, okay, aber das... Also das ist ja interessant, warum er jetzt nochmal so ein Audio-Interface da hat. Ja. Karl-Heinz Papa hat da am Wochenende einen Blogartikel darüber, über so ein einfaches Teil, was so ähnlich aussieht, damit man halt nochmal, auch wenn man im Prinzip vom Handy streamt oder von wo auch immer, latenzfrei nochmal seinen eigenen Ton, Mikrofon-Ton auf den Kopfhörer bekommt. Das ist ja... Also, weil... Braucht man das im Saal? Naja, ähm... Ja und nein. Also du hörst dich natürlich über den Hörsaal-Ton selbst. So semi. Ähm, aber so ein In-Ear-Monitoring... Also zum Beispiel, ich nutze ja auch für Zoom oft nochmal ein anderes Mikrofon als das Hörsaal-Mikrofon. Weil je nachdem, wie die Hörsaal-Kamera... Also es gibt ja bei uns... Ah, jetzt kommen wieder so interne Informationen aus dem Nähkästchen. Ähm, es gibt bei uns Hörsaal-Kamera, mit einer Logitech Rallye ausgestattet. So, und eine Logitech Rallye hat eigentlich nur ein Raum-Mikrofon. Also was heißt eigentlich? Die hat nur ein Raum-Mikrofon. Du kriegst da keinen externen Ton rein. Das ist schlecht. Ja, genau. Für so ein teures System. Ja, genau. Und was hat man also gemacht? Da irgendwo... Ähm... Da, wo die Beamer stehen oder da, wo irgendwo die Kamera steht, steht eine Holzkiste mit, äh... So Schaumstoff innen drinne ausgekleidet. In der Holzkiste steht ein... Steht das Raum-Mikrofon von der Rallye und steht eine kleine Box drin, die den Ton ausgibt. Und das heißt, der Ton vom Hörsaal-Mikrofon geht irgendwo über ein... Weiß ich... Soundblaster-Box. Das klingt einfach wie ein Albtraum. Und ich meine, oh, das ist... Nee, das möchte ich nicht. Und ich meine... Also man muss sagen, so klingt es auch. Also ich habe ja irgendwo so ein YouTube-Video, wo so Hörsaal-Technik im Hörsaal 6 erklärt ist und so richtig erknallert klingt das nicht. Und deshalb nehme ich dann in diesen Hörsaalen ein eigenes Mikrofon. Das heißt, ich habe zwei Mikrofone rum. Ich habe ein Mikrofon für den Hörsaalton. Ich habe ein Mikrofon für die Zoomies. Und im Hörsaal höre ich mich selbst. Den anderen Hörsaalton... Den anderen Ton höre ich nicht. Und ich hatte schon mal das Problem, zum Beispiel das Mikrofon zu krass eingestellt, dann ist das übersteuert. Dann clippst du halt die ganze Zeit in Zoom, kriegst es aber gar nicht mit. Lass uns noch die... Wir haben noch eine Minute. Und was wir hier gerade sehen, ist absolut wunderbar als Phänomen für videobasierte Lehre. Man hat keine drei Minuten. Wir füllen elf Minuten damit. Und auch ein Lehrvideo, das neun oder 15 Minuten geht, eigentlich als kurz behandelt werden kann. Wenn man dann Pause macht, eine Definition nachschlägt, in den Folie nachguckt, werden aus 15 Minuten 60 oder 90. Und deswegen brauchen wir keine 90 Minuten Vorlesung. Einfach nur so als kleiner Zwischenhottake von mir. Wir machen noch mal weiter, weil ich es ziemlich cool finde, dass wir mal eine Einsamung haben. Hier ein Funkmikrofon. Und dieses Funkmikrofon mit Aufnehmer ist hier die Mikrofonquelle. Also Mikrofonquelle direkt an den Computer für dich, Matthias. Also Standardprozedere. Also er hat nur ein Mikrofon. In Zoom. Sodass also auch die Online-Teilnehmer entsprechend Sound haben. Ja, mittlerweile ist das Audimax wieder leer. Eben gut. Hast du die Dokumentenkamera gesehen? Nein. Ich habe in den Hosen geguckt. Oder? Das ist doch eine... Also zu Dokumentenkameras muss ich demnächst auch noch mal einen größeren Thread bei Twitter aufmachen. Okay, okay, okay. Ja. Max, wieder leer. Eben gut gefüllt. Aber Dokumentenkamera, also ich glaube, es ist eine. Die Bedenken, dass wenn man das Ganze Hybrid anbietet, dass dann nur Teilnehmer online... Oh, jetzt meldet er sich gerade zu den Bedenken, dass Teilnehmer nur noch online teilnehmen. Und ich habe jetzt das Video jetzt jetzt weiter. das Ganze besuchen. Die haben sich bei mir überhaupt nicht bestätigt. Kann er nicht bestätigen. Ich habe hier, gehen wir noch mal aufs Kamerabild von mir. Ich habe bei mir etwa 80% Teilnehmer, die hier online teilnehmen. Er vermeldet 80% Teilnehmer? Die in Präsenz teilnehmen. In Präsenz. Und ja, so 20%, die das Ganze... Auch wenn das Fußballspiel im Fernsehen übertragen wird, gehst du trotzdem weiter ins Stadion, oder nicht? Genau. Ja, also... Es hat auch ein bisschen was mit deinem Rant. Wir hören jetzt trotzdem die letzten 10 Sekunden noch. Keine Sorge. Mut dazu. Mut zur hybriden Lehre. Und so kann man, wenn man fragen hat, melden Sie sich gerne. Ich berate da. Wenn ich helfen kann, einfach am besten eine E-Mail schreiben. Am Ende noch der korrekte Flex, dass er gerne berät, man soll sich melden. I love it. Es hat ja so ein bisschen auch mit deinem Rant die Tage zu tun, dass man sich doch einfach mal aufnehmen soll, wenn man... Tut das mittlerweile zu viel. Irgendwo hatte ich's... war das hier. Hot Take Matthias Magdowski. Liebe Lehrende, die ihr aufgrund der zurückkehrenden reinen Präsentlehre verlockt, nehmt euch einfach mal auf, guckt, wie eure Performance in Reality ist. Fand ich, das war eine... Also in meinem Kopf war direkt dieses How dare you to be so brave to say something like this under your Klarnamen. Ja. Kann man, wenn man fertig promovidiert hat, durchaus mal sagen. Ja. Es ist nie einfacher als jetzt, um mal zu gucken, wie ist es denn? Und ich meine, das haben wir ja auch in ein paar Streams schon mal gesagt, dass es eben auch sehr... Es wird sehr quantifiziert. Irgendwie war... Spricht man ja immer von öffentlich... also von der Hochschulöffentlichkeit. Wenn es auf einmal über Zoom ist und man doch teilnehmen kann oder sogar gestreamt wird, dann ist das ein Level an Transparency, das man eben messen kann. Und damit lässt sich eben auch leer. Ja, Skin in the Game. Genau. So. Ich hätte zum Abschluss oder zum... Einfach um nochmal... Du hattest ja auch für heute professionelle Teams und Videoproduktionen angekündigt. Und ein Gedanke... Wir hatten uns ja jetzt viele so Guerilla und eben auch einfach mal machen. angeschaut. Und was ich mir einfach mal noch überlegt hatte, ist so die größte... Der größte Wissenschafts-YouTube-Kanal unter verschiedenen Aspekten ist und war MyLab. Und wenn man sich einfach mal... Mittlerweile stehen sechs Leute bei den Mitwirkenden und auch vor seiner Zeit, also ich bin ja mal weit vor Corona angefangen, haben ein breites Themenspektrum. Ich glaube, wir haben zu dritt angefangen. Der WDR ist dann da oder MDR, irgendeine der Rundfunkanstalten, ist damit eingestiegen. Und auch die haben schon eine extrem hohe Qualität abgeliefert, wo ich schon sage, okay, das funktioniert aufgrund von Arbeitsteilung. Die Hälfte vom Team ist promoviert. Also das sind krasse Leute, die krassen Inhalt rausbringen und hochladen. Das kann man einfach, denke ich, so sagen. Seit ein paar Wochen und mittlerweile auch in mehreren Staffeln ist ja auch MyThings. ich zeige jetzt die Wikipedia-Bilder, weil ich nicht weiß, ob man Mediathek, ist das jetzt schon OER, kann man das, wird man, wird man gecancelt. Keine Ahnung. Ich war vorhin in der Mediathek und habe ein paar Screenshots gemacht, weil natürlich jetzt hier keine, also hier haben wir, also was wir schon merken, okay, der, wie kann ich dieses Format beschreiben, das ist ein bisschen anders, das ist ein bisschen kürzer auf einem YouTube-Kanal. Hier haben wir auf einmal ein Produktionsunternehmen, eine Regie, eine Produktion, das produzieren zwei Leute und so weiter. Die Leute, die das produzieren, haben eigentlich Wikipedia-Einträge. Es ist alles ein bisschen größer und dann wollte ich es mal genau wissen, inspiriert von einem Tweet, dass man sich mal anguckt, wer macht das denn Ganze? Und dann habe ich mir mal im Abspann die Leute angeguckt und es geht jetzt eher um die reine Länge. Allein die, also allein die Leitung ist jemand, allein bei der Technik sind es eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Leute, die das Studio bedienen und da sind Video-Motion-Designer, Grafiker, Licht und Ton noch gar nicht dabei. Und dann kommt man auf sechs Leute, die wahrscheinlich in vier Produktionsfirmen oder wie auch immer arbeiten und hier wäre so mein Appell, dass man sagt, okay, man kann eine gewisse Qualität erwarten und wenn die Leute sagen, ja, warum sehen denn Vorlesungen noch nicht so aus oder auch wenn von der Digitalisierung der Hochschullehre berichtet wird, ja, dann nehmt bitte so viel Geld in die Hand, um sechs Kacheln an einem Abspann voll zu machen und nicht ein Prof mit zwei Doktoranden oder mehr und dann können wir über die Qualität reden, so als einfach mal klare Ansage. Ja, es ist halt eben keine One-Man-Show oder One-Women-Show. Absolut. Und die machen natürlich einen guten Job und da ist immer so ein bisschen die Frage, welchen Vergleich zieht man gerade, damit es eben, ja, das können wir natürlich gar nicht. Rein hypothetisch wäre das möglich. So. Natürlich muss man irgendwie dann sagen, man, die MyThings dieser Welt oder auch andere YouTube-Kanäle müssen natürlich auch ja, ein bisschen mehr verkaufen oder um es interessant zu machen, es ist andersrum, es muss interessant sein, damit Leute das wollen und dann finde ich es immer interessant zu sagen, so, ja gut, aber das spielt ja sehr stark mit dem Gedanken, dass Studierende ja einfach müssen und einfach keine Wahl haben und ja kommen müssen. Das ist irgendwie ein sehr passiv-aggressives Verständnis von Lehre, weil natürlich guckt man sich dann, wenn man es in der Vorlesung nicht verstanden hat, an, was gibt es denn auf YouTube oder kann ich es durch irgendwie ein Video verstehen und wenn natürlich die MyThings oder eher die MyLabs und die Dr.Watsons und wie sie alle heißen in dieser Welt was hochgeladen haben, um mir einen Einstieg zu einem Thema zu geben, ja, dann nehme ich das natürlich und dann merkt man auch ganz schnell, dass wir eben mit der Qualität in der breiten Hochschullehre, dass wir da gar nicht mithalten können und das bringt mich dann wieder zu den Personen und dann fängt das Rad wieder von vorne an. Ja, ja, ich meine, es ist halt eine Fernsehproduktion, also, ich glaube, da kannst du jetzt bei jeder beliebigen anderen Fernsehproduktion sozusagen auch schauen, da werden halt ähnliche Listen aufgerufen. Also, ich bin ja zum Beispiel, ich bin ja großer Fan wie vielleicht viele Ingenieure von der Sendung mit der Maus und ich meine, da bin ich halt auch jedes Mal dann doch erstaunt. Also, die Filme, die da gezeigt werden, würde ich mal sagen, sind ja auch teilweise mit relativ kleinem Budget und eigentlich sozusagen wenig technischem Aufwand produziert. Gerade wenn die im Sommer irgendwie so ihre Touren machen, dann sieht man ja, da gibt es halt so irgendwie einen fürs Licht, einen fürs Ton, einen fürs Bild und irgendwie den Moderator und dann tragen die halt alles so wie ich in schweren Rucksäcken durch die Gegend und gehen damit auf Wanderschaft und nehmen dann irgendwas auf. Nichtsdestotrotz, wenn man das dann halt für jeden Einspieler und für jedes Ding macht, kommt da am Ende eben auch eine ziemlich lange Liste von Personen zusammen, die dann insgesamt an so einer Produktion beteiligt sind. Naja, klar, und da sind wir halt an den Unis eben weit von entfernt. Also, ich habe dieses Setup, was wir da eben vorher gesehen haben, total abgefeiert. Ich muss mir dieses Video jetzt dann auch gleich nochmal irgendwie mit Ton anschauen. Also, mein Kommentar dazu wäre und das, wie gesagt, Du meinst das hier? Ja, das da, ja. Der Punkt ist halt, wenn das eben, klar, nicht stationär im Hörsaal verbleibt, sondern, ich sage jetzt mal, jedes Mal auf und abgebaut wird, das ist ja wieder so wie bei mir, ich habe das ja das letzte Semester über auch gemacht, auch mit Dokumentenkamera, mit Zeug für Experimenten, mit einem USB-Ausloskop, mit irgendwie Messgeräten noch dazu und irgendwie zwei, drei Kameras für verschiedene Perspektiven. das baust Du halt eben nicht in fünf Minuten auf, sondern eher in einer halben Stunde, ja, und das trägst Du halt auch nicht mehr in einem Rucksack durch die Gegend, sondern vielleicht in zwei oder drei, da kommt wieder mein berühmtes Lastenrad ins Spiel, mit dem ich dann eben ehrlich in den Hörsaal reingefahren bin und das geht halt nur, wenn Du dann vielleicht die einzige oder eine von zwei Lehrveranstaltungen an dem Tag in dem Raum hast, weil Du halt eine halbe Stunde, dicke, eher eine Dreiviertelstunde, vorher brauchst, das alles aufzubauen und am Ende auch wieder eine Dreiviertelstunde brauchst oder eine halbe Stunde mindestens, um das alles abzubauen und wenn halt nach einer halben Stunde Pause, von Dreiviertel bis Viertel die nächste Lehrveranstaltung anfangen soll, dann geht das in dem eng getakteten Zeitslots der Uni halt gar nicht. Ja. Das ist so, wäre jetzt das Einzige, wo ich, ansonsten finde ich das natürlich total cool. Ja, ich meine, gut, von dem Ringlicht wird man tatsächlich nicht viel sehen, außer, dass da die Kamera in der Mitte steht. Aber vielleicht, ja, hat irgendwas. Also ich finde es vor allem cool, dass Leute drüber reden und zeigen, wie haben sie es denn gemacht. Entweder es findet einfach keine hybride Lehre statt. Ich muss auch gestehen, man wird auch wieder eine Übung übernommen. Dann war auch so die Frage von unseren vier Semestern, die ja auch irgendwie sehr Corona-Semester-lastig ist. Genau, kann man ruhig so sagen. Und dann muss ich auch sagen, so, ja, nee, machen wir nicht, weil offizielle Verlautbarung ist, es ist, wir sind jetzt zu diesem neuen Format Präsenzsemester, kommen wir mal zurück. Oder das Gewohnte, also die Narrative, könnten wir eine eigene Folge mit füllen. Also wir sollen alle wieder hin. Okay, machen wir. Und dann muss ich halt auch ökonomisch sagen, dass, dann wird es eben so gemacht. Wir haben noch von Tanja einen Kommentar. Am Anfang hat es 45 Minuten Aufzeit gebraucht. Das ist schon echt krass. Wurde im Semester dann routinierter und ging etwas schneller. Aber es war am Anfang noch ein zusätzlicher PC dabei. Das ist natürlich, der braucht halt auch Strom und Kabel und was nicht immer, da das Laptop alleine nicht alles gepackt hat. Auch ein sehr interessanter Punkt. Genau, das war halt bei mir auch mein, auch mein Dings, dass ich früher, wenn ich das eben parallel bei Twitch gestreamt habe, früher zwei Laptops dazu brauchte. Einen für das Zoom, einen für den Stream. Und er ist mit dem Wagen, also ich nehme an, das ist so eine Art Bollerwagen. Ich finde es mega engagiert für einen Lernen. Definitiv. Und auch über dieses Maß hinaus. Also ich meine, engagiert ist ja das eine, aber was, was kann man sozusagen verlangen, ist nochmal das andere. Ja und Wollerwagen, ich habe ja mein berühmtes Crane-Card, mit dem ich meine Sachen zur Outdoor-Übung rausgefahren habe. Klar, ich kann da sozusagen auch von der Logistik dann ein Lied von singen. Und ich feiere das zum Beispiel mittlerweile total, dass man eben direkt aus Zoom nach Twitch streamen kann, aber vielleicht eben nicht so viel Freiheiten hat, was die Anordnung der Bilder angeht, wie man das jetzt aus OBS oder hier irgendwie aus, wie heißt dieses Software, Streamlabs macht. Genau. Aber es geht halt alles von einem Laptop, es geht relativ auf Knopfdruck und es funktioniert sehr zuverlässig und man hat eben nicht noch dieses nochmal einen zusätzlichen PC und die müssen alle miteinander spielen und so hin und her. Und ich meine klar, also ich kriege halt mittlerweile, ich habe gestern, um das vielleicht abzurunden, halt drei Lehrveranstaltungen praktisch in, naja, Hybrid will ich nicht sagen, weil da waren nicht wirklich Zoomies zugeschaltet, mit denen ich interagiert habe, aber ich habe Präsenzveranstaltungen praktisch nochmal in die Konserve reingetan und habe das halt mit meiner Rucksacktechnik getan und mittlerweile kann ich die halt auch, also ich stehe, sagen wir mal, um im Raum, da brauche ich eine Viertelstunde, um die aufzubauen, drücke um Viertel auf den Knopf und dann läuft das halt mit einigermaßen gutem Bild und Ton, sodass ich das alleine bedienen, alleine aufbauen kann und schaffe das auch danach wieder halt in einer halben Stunde zusammenzutackern, genau. Oder sagen wir mal, in einer Viertelstunde zusammenzubauen und das ist wie klassisch Zoom, ne? Genau, und das ist irgendwo, also hinter deinem Kamerabild versteckt ist jetzt so ein Zoom, powered by Zoom, genau. Könnte, es könnte so sein. Hast du noch Platz drüben? Ich komme mal, ich komme mal zu dir. Ja, aber das geht alles, das ist alles Schöne. Ja, powered by Zoom, das finde ich natürlich nicht ganz so cool, weil die Veranstaltung ist powered by Magdowski und dafür, dass man mit Zoom zahlt, also man sieht so ganz leicht, ja. Und, also es ist halt nur 720p, aber Herrgott, machen wir ja heute auch nur. Ja, ja gut, aber das ist, das ist tatsächlich auch in Ordnung. Also ich glaube niemand, also hier sitzt keiner mit Popcorn vom 4K-Fernseher und wartet, und das wird auch nie passieren. Das muss man einfach ehrlich sagen. Ich war auch lange so ein, oh ja, so 1080p muss schon sein. Ja, nee, eigentlich nicht. Tanja schreibt noch, wir sind jetzt an der TH gerade dabei, ein Projekt zum Thema Hybrid der Lehre zu starten. Ja, die kommen, die sprichst, oder die, die irgendwie da Lust drauf haben, die machen das jetzt weiter. Ich glaube genug haben gesagt so, boah, jetzt aber zum Glück, jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir sprechen uns im September und wollen ein paar Hörsäle mit entsprechender Technik ausstatten, um den Lehrenden da etwas um die Arme zu greifen. Aber vorm 4K-Bildschirm, ja okay, Johnny, das ist gut zu wissen. Ich würde behaupten, also man sieht ja auch so ein bisschen bei Analytics, bei YouTube und auch bei Twitch, ich glaube, es sind irgendwie nicht mal 0,2 Prozent, die wirklich in 4K, also Ultra-HD ein paar, aber ich meine, Matthias hat 27p-Bildschirme zu Hause, der kann das gar nicht auf 4K gucken. Ich könnte, also ich kann das im Büro gucken, ja, aber selbst im Büro habe ich nur Full-HD-Bildschirme. Ja, UHD haben wir mittlerweile schon. Ja. Naja, also ich meine, bei uns sind die Hörsäle ja prinzipiell so ausgestattet, dass man halt eigentlich, wie ich sage, man kommt da hin, stellt seinen Laptop da hin, schließt ein HDMI-Kabel an, führt das Bild raus, schließt ein USB-Kabel an für Bild und Ton rein und Ton raus geht über HDMI an den Beamer, an die PA im Hörsaal. Eigentlich muss man nur zwei Kabel stecken, um Hybrid zu machen, aber wie ich immer sage, das dickere Brett, das es zu bohren gilt, ist Lehrende dafür zu schulen, das halt zu nutzen und sinnvoll zu nutzen und dann irgendwie, dann hast du noch diese komischen Fernbedienungen, mit denen man die Kameras da irgendwie einstellen muss, das ist alles total fummelig und dann, ich habe jetzt dieses Jahr ja zweimal am Anfang des Semesters Hybrid gemacht aus einem anderen Hörsaal, ich schließe die Kamera an, dann ist immer das Bild eingefroren, dann weiß ich nicht, dann drückst du da tausend Knöpfe, freeze, ich meine, ich bin ja schon einigermaßen technisch versiert, am Ende war immer, IT, have you tried turning it off and on again, ich habe die Kamera ausgemacht, ich habe die Kamera wieder eingeschaltet, okay, dann ging sie halt so, aber wenn du dann jemanden hast, der sagt, das ist mir irgendwie alles schon zu viel und zu kompliziert, pass auf hier, ich schreibe ja auf dem Polylux, das ist doch viel besser. Ja, ja, also, klar, wenn wir das, wenn wir das in die Breite tragen wollen, müssen wir die Technik irgendwie in den Hörsaal, zumindest in so einer Basisausstattung vorhalten, mir würde es ja schon total helfen, wenn es mal überall irgendwie einen Beamer geben würde, also gestern bei zwei von diesen Sachen, da habe ich halt noch einen Beamer mit in den Raum getragen, ja. Das ist halt so kaputt, also. So, und dann, dann ist irgendwie, dann musst du da noch eine Tafel wegschieben, damit du irgendwie eine Projektionsfläche hast für den Beamer, dann steht der Beamer natürlich mitten im Raum, dann musst du noch ein Verlängerungskabel mittragen, weil natürlich die Steckdosen irgendwie an der Wand sind, dann willst du deinen Laptop irgendwo hinstellen, dass du nicht im Bild stehst, dann brauchst du aber wieder ein 5 Meter HDMI-Kabel, um halt zu dem, also, die Realweltprobleme, an denen wir dann scheitern, ist, dass wir halt keine Verlängerungskabel haben, keine HDMI-Kabel, oder es gibt einen Beamer im Raum, aber es gibt kein HDMI-Kabel, und das ist halt alles super anstrengend. Also, mein, mein, mein Credo wäre ja, zumindest in den großen Hörsälen, baue halt ein Laptop, also, ne, baue halt, baue halt irgendwie einen kleinen PC dahin, der läuft halt da die ganze Zeit, der macht schon mal Bild und Ton, da läuft halt irgendwie ein Zoom-Meeting, kann man da starten, und man kann halt da mit dem Beamer ansteuern, und dann kommt man einfach hin, geht mit in das Zoom-Meeting rein, macht eine Bildschirmfreigabe von jedem Endgerät der Welt, ohne irgendwelche Kabel zu stecken, alles super, und kann sich eigentlich im Prinzip auf Knopfdruck darauf verlassen, dass die Technik läuft, auch für Hybrid, weil Hybrid dann einfach der Standard wäre. Ja, und dann müssen halt eben Lehrende irgendwie sagen, ja, das ist für mich okay, dass das halt dann nochmal parallel in Zoom stattfindet, und ich glaube, das ist eigentlich, also ich glaube wieder viele, die jetzt sagen, nee, das ist mir alles technisch zu aufwendig, das jetzt nochmal Hybrid zu machen, und in Zoom ist, ist, ist manchmal in seltenen Ausnahmefällen, um das jetzt vorsichtig zu formulieren, vielleicht manchmal so ein vorgeschobenes Argument, im Sinne von, nee, ich möchte eigentlich nicht da irgendwo im Internet sein, wer weiß, wer das alles sieht, und wo das noch überall landet, das soll mal schön hier im Raum bleiben. Am Ende guckt das einer, der gar nicht eingeschrieben ist. Genau. Ja, 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 ja. Oh Gott, der seine Semestergebühr nicht bezahlt hat. Genau, das sind gar keine Studierenden. Vielleicht wissen die das auch schon, worum es da geht. Ja, schwierig. Ich will noch einmal, per Vollständigkeit halber, ich habe jetzt erst die Nachricht gesehen, der Twitch-Kanal, weil, der Kollege, von dem wir gerade so feiern, der ist auch auf, auf, äh, Twitch, der von Blankenburg. Fand ich, fand ich ganz cool. Äh, genau, ich will es noch einmal schnell zeigen. Ähm, Professor K, KVB. Genau, das sozusagen als Zeit, your sources, äh, der Vollständigkeit halber. Ja, ach, ich weiß nicht, dieses hybride Ding, ich habe das ja von Anfang an, äh, schon immer, auch der Name gefällt mir immer noch nicht. Ähm, aber gut, ihr wollt, ihr wollt keinen anderen Namen, ist okay. Gefällt dir Blended Synchronous besser? Ja, schon, tatsächlich. Okay. Das ist einfach aus, ähm, weil, ja, dieses, äh, oder wie der Englern hat ja auch einen schönen Schritt. Vorgeschlagen hat, hier und da lernen. Ja, hier und da, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ja, ja, auch, auch, weil es ja dann kurz als so der Halsbringer, äh, ja, angedacht ist, wenn ich mir nur angucke, wo funktioniert wirklich richtig gut, Blended Synchronous, ähm, scaled, wie auch immer. Da gibt es so ein paar, also, da gibt es ein paar Beispiele, so ein paar Leuchttürme, die gute Practices, wie ich sie ja nenne, weil Best Practices ist ein Unwort auch für mich. Naja, aber ey, das ist alles irgendwie so ein bisschen Wortglauberei und, äh, so eine, so eine akademisierte, die Frage ist einfach, wo, wann kommt gute Lehre bei den, bei den Studierenden an und kann man mit Synergieeffekten, weil irgendwie, das ist ja auch so eine Philosophie, irgendwie sind wir ja dann doch Content Creator. Also, wenn ich, wenn ich jetzt ein Lernvideo hochlade, aber, und man könnte es ja noch weiter treiben, selbst wenn ich eine Klausur nehme und die bewerte, selbst den Prozess könnte man noch, also, wenn ich sozusagen, wenn wir mal Lehre so ein bisschen mehr so, ja, nicht kommerzialisiert, aber im Sinne von, so wie Social Media oder auch aus Agentursicht sehen würden, was kann man da sozusagen wie verwerten, dann könnte man selbst den Bewertungsprozess, nicht im Sinne von, oh, das war total schlecht, sondern einfach so, ey, wie, wie funktioniert denn auch sozusagen der Bewertungsprozess, was, was war korrekt, was, woran könnte man noch arbeiten, selbst das könnte man noch mit einbauen und, ja, mache ich ja manchmal, also nicht für, nicht für Klausuren, aber wenn mir Studierende praktisch Lösungen, Lösungen von, von Übungsaufgaben schicken und sagen, ich habe das jetzt hier gerechnet nach bestem Wissen und Gewissen, aber ich komme am besten Willen nicht darauf, was da irgendwie in der Ergebniskontrolle steht, ich sehe aber auch meinen Fehler nicht, können Sie ja irgendwie mal draufschauen, dann mache ich das natürlich gern und ich sage mal, wenn das in einer, ja, relativ neutralen Handschrift geschrieben ist, dann, dann mache ich da auch manchmal halt ein Video draus, wo ich dann sage, so, hier hat mir jetzt jemand eine Frage geschickt, irgendwie das und das ist die Aufgabe, hier so ist jetzt der Ansatz gewesen und jetzt gucken wir uns das mal so durch, so an, wo ich sagen würde, ne, das passt, das passt nicht und, oh, ab hier, Achtung, hier wird es jetzt irgendwie komisch und hier wird es jetzt falsch und so müssten wir es jetzt richtig machen und das sind auch, total, immer recht erfolgreiche Videos, würde ich so sagen. Professor Heil hat ja auch sehr früh mit dem ganzen Zeug angefangen und er hat sich sozusagen, er war mal so in seinem Streaming, in seinem Grind drin, dass er fast mal die Klausurzusammensetzung, also quasi die Klausurerstellung gestreamt hätte, hat er zumindest mal getwittert und ich dachte mir, wie cool wäre das denn, wenn man das macht, natürlich soll dann die Klausur nicht in der Form entstehen, aber ich würde doch einiges, ich hätte doch einiges in meinem Studium darum gegeben, das mal zu sehen, also zum einen aus Transparenzsicht, zum anderen, ja, einfach zu sehen, wie entsteht das denn, auch der Gedankengang, also ich weiß doch zum Beispiel jetzt auch schon, was ich ungefähr in der Vorlesung, die wir in der Übung betreuen, mache, also das wäre ja auch irgendwie total, also es wäre ja schlimm, wenn wir das noch nicht wüssten und auch das wäre irgendwie ein Content-Baustein, wenn ich das jetzt mal aus Agentursicht, aber auch so, ich hatte letztens so eine Idee, warum macht man nicht mal ein Video, kannst du doch gerne übernehmen, du hämmerst ja auch echt viel Content raus, dass man mal ein Video aufnimmt und sagt, in diesem Video sind x Fehler drin, sagen wir mal vier, das geht irgendwie neun Minuten und ganz klare Ansage innerhalb der ersten 10 Sekunden, vielleicht auch im Thumbnail direkt, in diesem Video sind fünf, vier Fehler drin, bitte nicht zum Lernen, oder zum Erlernen, sondern zum Lernen, zum selber Abfragen und dann hämmert ihr in die Kommentare oder ihr hackt mich, wie auch immer, was ist daran falsch, ich gehe eine Wette ein, entweder man sagt, gar nicht wie viele Fehler drin sind und die Leute kommen halt echt mit, keine Ahnung, 19 Fehlern um die Ecke oder man sagt, wie viele es sind, vielleicht auch ein weniger oder ein mehr, wenn man gemein ist, also es ist dieser Witz von, man entlässt drei Schweine und schreibt die Nummern eins, zwei und vier drauf und wartet, was passiert oder man sagt eben direkt, wie viele es sind und wartet einfach, wie die Leute darauf reagieren und dann natürlich auch mit dem, damit es irgendwie einigermaßen didaktisch wertvoll ist, wie ist denn die richtige Lösung, was war denn der Fehler genau und wie wäre es korrekt, man könnte, man kann so viel mehr aus der Uni machen als eben nur dieses, hier ist die, ja dieses stumpfe Erklärvideo-Prinzip definitiv. Ja, genau. Also du wirst lachen, ich war mal, ich glaube 2018 bei Jürgen Handke in Marburg zu einem, zu einer OER-Tagung, ich überlege gerade, wie sie heißt, die fand jetzt die letzten Jahre natürlich irgendwie immer virtuell statt und da war auf jeden Fall ein Workshop und da war auch der bei Twitter von mir sehr geschätzte Christian Freisleben dabei und da haben wir überlegt, wie man halt so ingenieurwissenschaftliche Übungen verbessern kann, in denen ja auch so dieses klassische Studierende bereiten was vor, haben irgendwie einen Lösungsweg sich erarbeitet und stellen den sich dann gegenseitig vor, was ja eigentlich schon didaktisch relativ gutes Format ist gegenüber, da ist jetzt so eine unfehlbare Lehrperson und stellt das halt vor. Und um das halt so ein bisschen interessanter und abwechslungsreicher zu gestalten, da hatten wir uns eben auch überlegt, jede studentische Gruppe, die halt einen Lösungsweg vorstellt, baut da mit Absicht irgendwie zwei, drei Fehler rein, um dann halt die anderen die Fehler suchen zu lassen oder, oder, naja, so eine gewisse Irritation halt manchmal zu erzeugen oder eben so zum kritischen Mitdenken, also nicht zu sagen, ja gut, das wird schon alles richtig sein, was da steht, ich schreibe das jetzt einfach im Prinzip ungesehen ab, ohne da jetzt groß drüber nachzudenken, sondern, also auch, wenn mir gerade einer versucht, das zu erklären, bin ich trotzdem als kritische Zuhörerin halt dabei und hinterfrage das eigentlich die ganze Zeit, also was natürlich vielleicht irgendwie gute Studierende, gute Lernende sowieso machen. Ich meine, das Problem manchmal dabei ist, es gibt halt in der Physik so einen Spruch, den mein Kollege immer sagt, der halt Physik studiert hat, die Anzahl der Fehler muss immer gerade sein, damit sich immer zwei Fehler gegenseitig ausgleichen können. Und da muss man natürlich aufpassen, manchmal hat man ja so einen Fehler und dann gleicht man den halt zwei Zeilen später wieder aus und am Ende stimmt trotzdem wieder alles, obwohl zwischendurch irgendwie mal was falsch ist. Aber gut, das ist so ein Elektrotechnikproblem, glaube ich, oder ein Problem der Naturwissenschaften. Ja, aber auch das könnte man ja zum Beispiel showcasen, um einfach mal auf ein anderes Passwort zu und sagen, okay, wir machen jetzt nicht sozusagen so ein Diskutieren, es ist voll nitty-gritty, sondern es ist wirklich ein falscher Port aus der Internet-Technologien oder es ist wirklich da die falsch, also ja auch nicht falsch abgerundet oder so, sondern wirklich irgendwas elementar Falsches, dass man, ich finde es zum Mitdenken irgendwie ganz nett und die Weiterentwicklung wäre, dass man zum Beispiel sowas, es gibt ja auch Blogs oder ja, es gibt Blogs centric, das war ein sehr, sehr guter Satz, man merkt, dass es Freitag Nachmittag ist, dass man sozusagen eine Replik, sei es ein Spektrumartikel oder von Quarks und Co., also wozu schon eine Aggregation auf wissenschaftlicher oder inhaltlicher Ebene stattgefunden hat, dass man den nimmt und dann lässt man den unter hintergeschlossenen Türen im Seminar mal von Studierenden zerlegen und sagt, okay, jetzt sag doch mal, wo wurde da aggregiert, wo wurde reduziert, was fehlt denn da, um das wieder auf unser ja, universitäres oder auch, ja, wo ist es vereinfacht und wo ist es zu grob vereinfacht und sowas, also ich meine, ich habe letztens mal irgendwann jetzt so in dieser noch Semester anfangs freien Zeit, um irgendwie trotzdem jede Woche ein bisschen Content auf dem Stream zu haben, mir was angeguckt, was mal irgendwie bei Mathworks veröffentlicht wurde und bin das so, wie eigentlich ein Studierendes machen würde, so durchgegangen und habe das dann also aus aus Lernenden Sicht versucht nachzuvollziehen und aber trotzdem ein bisschen aus meiner Sicht eines, ich sage mal, Experten irgendwie kommentiert, was mir jetzt da so nicht dran gefällt, wo ich sagen würde, da passt die Notation nicht, da stimmen die Einheiten nicht, da fehlen die Einheiten, da warum sieht das Schaltbild so komisch aus, kann man das nicht besser zeichnen und habe mich, habe das dann alles aber auch nochmal verschriftlicht und habe mich jetzt dann tatsächlich per Videokonferenz mit dem Menschen gefunden von der Firma, der das veröffentlicht hat und der war total dankbar dafür, dass ich jetzt irgendwie da ihn auf einen Haufen potenzielle editorielle Verbesserungen und vielleicht auch kleine inhaltliche Verbesserungen in seinem Lernmodul dahin gewiesen habe. Komplett for free. Also das ist ja auch so eine Kollaboration, die nicht stattgefunden hätte, wenn er nicht hochgeladen hätte und du dir das nicht angeguckt hättest. Ja, genau. Weil Leute ja Angst haben, nur das ist im Internet. Genau, was vielleicht so zu diesen Klausuren erstellen, Content, also was ich ja seit der Corona-Zeit immer mache und eigentlich auch schon davor ist, ich zeige halt, wie ich die Klausur gelöst hätte. Ja, und insbesondere so diese Moodle, diese Online-Tests, wo man dann ja zu Hause alle Möglichkeiten hat und das eben nicht einfach nur stumpf mit seinem Taschenrechner durchtippt, sondern wie würde man das jetzt halt mit so richtiger Software machen wie halt MATLAB oder Octave oder LTSpice oder was auch immer. Ja. Und ich glaube, die sind, also das geht ja auch definitiv darüber hinaus über so klassischen Vorlesungskontent. Definitiv. So, wir sind deutlich über die Stunde. Zeig zum Abschluss noch das Bild, was ich ja als letztes in den Chat geschickt habe. Das habe ich mich währenddessen recherchiert. Das ist das professionelle Studio, in dem ich, das, was wir auch an der Uni haben, um nochmal den professionellen Studio-Content abzurunden. Ja, ja. Ja, und tatsächlich, lass mich mal hier in den, also da, das ist ein Kontrollbildschirm, damit du siehst, also genau, du kannst mich ja korrigieren. Das ist eine richtig fette Linse. Hier wird auch nochmal ein Display sein. Riesiger Octagon-Softlicht. Allein die Hintergrund-Konstellation geht schon ins niedrig vierstellige. Schaltisolierer sehe ich jetzt nicht. Das sind Manfrotto-Stative, wenn ich mich nicht ganz täusche. Hier wird im Hintergrund auch irgendwas Richtung Tafel stehen, aber das hast du jetzt nicht benutzt. Da ist ein Adapter oder irgendwie ein Laptop. Da stand so ein Pult und auf dem Pult hatte ich praktisch nebenbei meine Folien, weil ich habe ja auch so, die Folien wurden dann virtuell reingeschnitten in das Bild und damit ich da ungefähr weiß, wo ich bin. Was ist denn das hier vorne? Eine zweite Kamera. Ah, eine zweite Kamera, okay, das ist auch schon so eine Laserkante. Das wurde halt mit zwei Kameras gefilmt, eine, die irgendwie praktisch so ein Porträt macht und eine, die halt eine Tafel macht, dass man zwischen den beiden und her schneidet. Ja, sehr gut. Ja, hier ist sogar noch ein Scheinwerfer und ein Shotgun, das ist dann out of shot. Ja, sehr gut. Genau. Cool. Ja, ich glaube, dann haben wir eine gute Bandbreite. Nochmal vielen Dank, Tanja und Jonny, für die Links und die Bereitstellung. Können wir auch einfach nochmal in unserem Twitter-Post Ja, das können wir mal dann in die Shownotes, also du hast jetzt die ganzen Links wahrscheinlich noch offen. Genau. Pack die mal irgendwie ein. Ich setze die gleich unten rein und tagge die Leute. Genau. Wir nehmen auch gerne noch weitere Perspektiven von Ihnen, Professor Handke, falls die das irgendwie auf der Watt sehen. Hat mich gefreut, auch, dass so ein paar Leute noch dabei waren an diesem Freitagabend. Ja, und ich werde mir KVB, Professor von Blankenburg, definitiv auch anschauen. Ich analysiere ja immer mal wieder den einen oder anderen Streamer im Edu-Bereich und auch ja, nur die im Edu-Bereich. Genau. Matthias hat einen YouTube-Kanal, ich habe einen YouTube-Kanal, wir sind auf Twitter. Und bei Twitch. Und bei Twitch, obviously. Und KVB macht wohl auch immer Interaktion mit Studierenden via Insta. Uh, da könnt ihr euch ja mal so, bei Insta bin ich raus, muss ich einfach sagen. I picked my Social-Media-Plattforms und Insta ist nicht dabei. Ich verstehe die Plattform nicht. Ich habe ein tägliches Quiz zu den Grundlagen der Elektrotechnik-Panzen. Ja, das ist krass. Ich brauche was mit Video oder mit Text. Bilder, nur Bilder. Naja, aber gut, das ist so. Man muss ja nicht über... Du kannst doch auch Videos machen. Ja, ja, okay. Ich würde ja nur so Boulder-Content mir angucken die ganze Zeit. Das ist irgendwie... So, wir müssen offensichtlich TikTok machen. Oh, das ist... Das machen wir mal in einer Spezialfolge. Irgendwie machen wir so ein Mesh-Up-Dokumentenkamera featuring TikTok. Sehr gut. Dann, ja, ein schönes Wochenende von uns. Damit gute Art. und bis zum nächsten Termin. Wahrscheinlich so in drei, vier Wochen. Alles klar. Dann... Ich habe kein Outro. Wir haben kein Outro. Matthias, wir brauchen ein Outro. Schönes Wochenende. Danke fürs Mitmachen. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.